Wie funktioniert das Bierbrauen mit Brauset? Der Vorteil beim Bierbrauset besteht darin, dass man alles Notwendige mitgeliefert bekommt. Eine mitgelieferte Anleitung informiert über alle notwendigen Schritte. Was beinhaltet ein Bierbrauset? Der Umfang eines Brausets ist preisgebunden. Günstigere lassen sich oft nur einmal verwenden. Teurere beinhalten mehrere Gerätschaften. Die mehrmals verwendet werden können, muss ich mich beim Zoll melden, wenn ich selber Bier brauen möchte. Wenn du anfängst Bier zu brauen, solltest du dies beim Zoll melden. Daneben solltest du auch im Brauprozess sauber arbeiten. Was ist ein Bierbrauset mit obergäriger Hefe und wo liegen dessen Vorteile und Nachteile? Die obergärige Hefe, welche 1883 nach Hansen für die Rheinzichtung definiert wurde, wird als Saccharomyces cerevisiae Hansen bezeichnet. Die Hefe wird deswegen als obergärig bezeichnet, weil sie sich während des Gärprozesses an der Oberfläche absetzt und Sprossverbände bildet. Was ist ein Bierbrauset mit untergäriger Hefe und wo liegen dessen Vorteile und Nachteile? Ein Bierbrauset mit untergäriger Hefe ermöglicht dir zum Beispiel die Herstellung von einem Pilsnerbier, einem Lagerbier oder aber auch einem Schwarzbier. Der Unterschied besteht darin, dass die Hefezellen einzeln vorliegen und am Ende der Gärung zum Boden sinken. Das ist ein Bierbrauset mit untergäriger Hefe.